Kommen wir zu Gugrok in der heroischen Version der Blutschläger-Mine. Gugrok ist euch vielleicht schon mal von normalen Videos bekannt, allerdings hat Blizzard ihn etwas verändert und deshalb gibt es jetzt auch einen neuen Guide dazu, denn hier muss man jetzt die Taktik ein bisschen umstellen. Ihr werdet während des ganzen Kampfes sehr viel laufen müssen und er gestaltet sich in der Blutschläger-Mine bisher als der schwierigste Boss von allem. Das erste was Gugrok die ganze Zeit macht, er wird versuchen geschmolzener Kern zu zaubern, also zu casten und bufft sich damit jedes Mal. Das sind also kleine Stapel, die ihr da an ihm seht und zwar gibt es dann eben maximal drei davon. Sollte er drei Stapel erreichen, dann wird er den geschmolzenen Beschuss wirken, der die ganze Gruppe trifft. Das darf nicht passieren, das ist ein großer, erheblicher Schaden, der auf die ganze Gruppe geht, der euch unter Umständen zum Whiten bringen kann. Daher muss der geschmolzene Kern jedes Mal unterbrochen werden. Das Wichtige ist, weswegen wir dem Tank hier eine Markierung auf die Birne gedrückt haben, ist, die ganze Gruppe muss, sollte zusammenlaufen und beim Tank. Das liegt daran, dass er immer wieder die Magma-Eruption wirkt, die sich auf die Spieler verteilt und um möglichst viel Platz noch zu schaffen, sollte man also zusammenstehen und gemeinsam durch den Raum gehen. Das ist nicht immer möglich, da kommen wir nämlich zu der nächsten Fähigkeit. Er wirkt irgendwann instabile Schlacke, da kommt dann ein kleines Elementar angelaufen und das versucht zu den Schmelzöfen zu gehen. Da ist es wieder, da taucht es jetzt auf, ihr seht es an dem Strahl, dieses Elementar muss zerstört werden, bevor es die Schmelzöfen erreicht, weil auch hier gibt es dann einen gigantischen Gruppenschaden und das darf auch nicht passieren. Also müssen alle Schadensverursacher sofort umschmenken auf das Elementar und dieses zerstören. Verlangsamen könnt ihr es übrigens auch. Die Schwierigkeit ist da, dass diese Elementare auch gut und gerne dann irgendwann durch diese Flächen durchlaufen und da müssen die Schadensverursacher versuchen, so ein bisschen an den Magma-Eruptionen vorbeizulaufen, ohne da rein zu geraten. Das Elementar muss auf jeden Fall sterben und desto länger der Bosskampf dauert, desto schwieriger wird das Ganze. Wann ihr Heldentum verwendet, das sollte am besten im ersten Drittel des Kampfes passieren. Der Grund ist, dass ihr noch viel Bewegungsfreiheit habt und Zeit habt zu casten, anstatt die ganze Zeit hin und her zu laufen. Ihr solltet auf jeden Fall die Gesundheitsanzeige von Guckrock mit im Auge behalten. So bei etwa 8% solltet ihr keinen Schaden mehr auf die Ads machen, sondern eigentlich direkt auf Guckrock raufgehen und den so schnell wie möglich umhauen, bevor euch diese Schadensflächen da auf dem Boden übermannen, weil es einfach immer mehr werden. Gleichzeitig ist das Problem, dass ihr auch weiterhin den geschmolzenen Kern unterbrechen müsst, dass der keinesfalls herauskommt. Um das Ganze einfacher zu gestalten, versucht wenn möglich weit weg mit dem Boss von diesen Schmelzöfen zu stehen, damit die Laufwege der Elementare möglichst groß sind. Das war es im Grunde schon von Guckrock gewesen. Das ist ein Kampf, bei dem ihr sehr viel laufen müsst. Die Gegenstandsstufe des Loots ist 630. Und da liegt er auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß bei Guckrock. Ich wünsche euch viel Spaß bei Guckrock.